Beim Wandern gibt es immer ein großes Problem. Man schwitzt viel, man macht viele Höhenmeter und muss ausreichend Flüssigkeit zuführen. Aber wo bekommt man das Wasser eigentlich her? Ich bin gerade im wunderschönen Norwegen unterwegs. Und ja, hier gibt es super viele Flüsse und Seen, die kristallklares Wasser führen. Aber ob das Wasser wirklich sauber ist, das weiß man nie so genau. Und man geht ein Risiko ein. Und vor allem im Urlaub kann das eben sehr tückisch sein. Ich will nicht im Urlaub einfach mal krank werden und ein paar Tage ausfallen, sondern ich will die Zeit einfach nur genießen. Und da kommt ein bestimmtes Produkt ins Spiel. Zusammen mit meiner Freundin Celine bin ich einfach super viel draußen. Wir sind nämlich Naturfotografen und Filmer. Und ja, neulich haben wir einen Wasserfilter bekommen. Und zwar den Grey Ultrapress. Den hat uns Grey zugeschickt zum Testen und damit wir darüber ein Video machen können. Wir haben uns aber davor schon für genau diesen Filter interessiert und Grey angefragt, den zu testen. Ja, sonst hätten wir den uns wahrscheinlich selbst gekauft. Und wir müssen sagen, wir sind super begeistert bisher. Und das Entscheidende dabei, er hat uns jetzt schon so ein bisschen den Arsch gerettet bei einer Tour, weil wir ohne den Filter die Tour so wie geplant nicht hätten durchführen können. Und da haben wir hier kurz die Kamera aufgestellt und ein kleines Video gemacht und aufgenommen. Und das seht ihr jetzt. Ja, wir haben jetzt ein kleines Problem, nämlich wir wollen uns heute Abend was kochen, brauchen dafür Wasser. Möchten aber eigentlich hier oben auf dem Gipfel bleiben, um hier unser Zelt aufzurichten und diesen unglaublichen Blick zu haben. Aber wir haben nicht mehr genug Wasser. Jetzt haben wir aber den Grey Wasserfilter und machen jetzt mal einen kleinen Extremtest. Und zwar haben wir hier ein extrem abgestandenes Wasser. Es stinkt zwar nicht, aber es sieht sehr braun aus und stehendes Gewässer ist nie gut. Und ja, wir schauen einfach mal, was der so kann. Also da sind auf jeden Fall einige Schwebstoffe drin. Es hat auch auf jeden Fall eine Farbe. Ja, stinken tut es nicht. Aber ich würde sagen, ich filter mal. Es schmeckt wunderbar. Zeig mal, wie sauber es ist. Ich schütze es auf jeden Fall mal. Krass. Das ist bestanden. Genial. Krass. Hätte ich niemals draus getrunken. Niemals. Oh, ist das gut. Wie Quellwasser. Ja, wie ihr gesehen habt, hätten wir uns ohne den Grey Filter kein Abendessen zubereiten können. Geschweige denn hätten wir irgendwelches Wasser gehabt oben auf dem Berg, um dort übernachten zu können. Deswegen waren wir echt froh, dass wir den dabei hatten. Und ja, gerade ist schon der Sonnenuntergang hinter mir am Voranschreiten. Und wir haben noch ein paar Kilometer vor uns, bis wir an dem Wasserfall im Rago-Nationalpark ankommen. Deswegen hauen wir jetzt nochmal ein bisschen in die Hufen und beeilen uns. Und wir haben noch ein paar Minuten. Untertitelung des ZDF, 2020 Vor so einer Zwei-Tagestour mit zwei Personen haben wir eben nur eine Wasserflasche mit dabei und das ist eben die Wasserflasche von Grey mit dem integrierten Filter. Auch wenn wir jetzt noch eine zweite Nacht dranhängen wollen würden, wäre das kein Problem, weil mit dem Wasser sind wir auf jeden Fall versorgt. Und ich würde mich jetzt mal irgendwie runterbegeben, mal schauen, ob ich da irgendwo dran komme, um Wasser aufzufüllen und dann werde ich euch mal kurz erklären, was der Grey Filter so alles rausfiltert. So, ich werde jetzt einfach mal eine Kelle von dem Flusswasser nehmen und ja, das Wasser sieht optisch super sauber aus, also da sind keine Partikel irgendwie zu erkennen, aber was natürlich sein kann, dass ein paar Meter weiter Fluss aufwärts ein Rentier im Wasser liegt und verendet ist und ich mir dann irgendwelche Bakterien einfange. Und das ist eben das Coole an dem Filter, da er nicht nur grobe Partikel herausfiltern kann, um das Wasser irgendwie klar zu machen und sauber zu machen, so optisch gesehen, sondern er kann das Wasser wirklich reinigen. Und dazu kann er zum Beispiel Krankheitserreger herausfiltern, wie Bakterien oder sogar Viren, die noch kleiner sind, also das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, aber auch natürlich Sachen wie Mikroplastik, Schwermetalle kann er auch rausfiltern und das passiert hier in diesem Inneren des Filters und zwar haben wir da ein ganz, ganz feinporiges Gewebe mit Aktivkohle und Ionenaustauschern, damit das Wasser einfach richtig, richtig gut gereinigt werden kann. Und dadurch ist das Pressen so ein bisschen schwer, aber das soll so sein, damit es wirklich sauber und trinkbar ist. Wir finden den Filter so klasse, weil wir eben keine vier oder fünf oder sogar sechs Liter bei einer Wandertour mit uns mitschleppen müssen, um genug Wasser mit dabei zu haben, denn wir können den ja im Prinzip überall mit wirklich jeder Brühe füllen und haben klares Wasser, das auch noch gut schmeckt. Ich zeige euch immer ganz kurz, wie das Prinzip funktioniert, weil wir gerade sowieso frisches Wasser drauf und da hat sich die Bachstelle hier gerade einfach super geeignet. Die Wasserflasche besteht aus mehreren Teilen. Einmal diesen schwarzen Teil hier, das ist im Prinzip der Teil, in dem der feinporige Filter drin sitzt, der dann diese ganzen Bakterien, Viren etc. rausfiltert. Das ist der Teil, in dem man das Wasser aus dem Bach oder welches Wasser man auch immer findet, einfüllt. Was dann passiert, ist, dass man diesen anderen Part, auf dem der Filter sitzt und dann im Prinzip die Flasche, in der später das saubere Wasser drin ist, die wird hier drauf gesetzt und nach unten gedrückt. Jetzt wird das Wasser, was aus dem Bach ist, durch den Filter durchgedrückt, gereinigt und in den anderen Part, also diesen oberen Part der Flasche eingefüllt. Und dann hat man super tolles, klares Trinkwasser. Ja, wie wir schon gesagt haben, brauchen wir nur einen Filter für unsere Touren, weil zur Not können wir immer nochmal eine Thermosflasche mitnehmen, um da einfach größere Mengen an Wasser transportieren zu können. Und ja, hier geht ja nur 500 Milliliter rein. Es gibt allerdings noch den Gray Geopressfilter, der hat nochmal ein bisschen größeres Fassungsvolumen. Da uns aber Gray freundlicherweise sogar zwei Grays zur Verfügung gestellt hat, haben wir uns gedacht, wieso verlosen wir nicht eine unter euch? Und genau das machen wir. Die zweite Flasche, die ist in blau und die haben wir auch schon benutzt und getestet hier auf unserem Trip. Das solltet ihr vorher wissen, aber wenn ihr euch dafür interessiert, dann könnt ihr gerne bei dem Gewinnspiel teilnehmen. Wenn ihr die Flasche gewinnen wollt, dann abonniert unseren Kanal und lasst uns einen Kommentar unter dem Video da mit dem Hashtag Gray. Und dann können wir unter euch die Gewinnerin oder den Gewinner auslosen. Ja, und dann hoffen wir, euch hat das Video gefallen, um den Gray einfach mal so ein bisschen im Einsatz zu sehen in Skandinavien. Und ja, ich würde sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ciao. Um zu gewinnen, könnt ihr unseren Anna...